willkommen zurück zu einer weiteren folge baldur's gate wir befinden uns in unserem lager weil wir hatten einen kampf gegen 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 einen der stämme sozusagen oder ein ja was sind denn das sind das stämme sind das ableger sind das krippen ich habe das so wahrscheinlich jede krippe ist sozusagen ihre eigene sippe könnte man sagen alle dienen der königin und die königin hat den befehl gegeben uns auszulöscheln da haben wir jetzt gegen fünf doch sehr gute leute gekämpft haben zwar gewonnen klar klar ja gut so klar ist das nicht aber ja wir haben gewonnen und wir haben auch wieder ein bisschen xp bekommen wir brauchen jetzt nur noch 4000 4700 wir gucken mal bei karlach auch warum brauchen wir hier mehr eigentlich müsste genau umgedreht sein eigentlich du brauchst mehr als alle anderen aber du was schatten herz war nie tot sondern karlach war tot als wir jemanden getötet haben egal wir machen jetzt eine lange rast wir gucken noch mal haben wir was zum ablegen sonst sind wir hier durch denn eigentlich wollte ich ins mausoleum nur sind wir haben wir das in dem moment nicht gefunden und sind daneben gelaufen und wir genau wir sind gerade dabei eine lange rast zu machen machen also doch mal 41 gefällt mir nicht wir nehmen etwas raus und dann sind wir doch bei 40 passt doch warum hat er dann das ein noch mitgenommen merkwürdig dann lager verlassen und ich mich nicht recht wenn ich mich recht entsinne gab es hier auch hier liegen die toten kathenki nur dass sie jetzt anders heißen die heißen brandit aber das wäre das wird halt ein clan sein clan genau klaren wahrscheinlich die da werde ich jetzt erst mal noch nicht rüber gehen ich wollte mir jetzt erst mal den wege punkt nehmen denn wir hatten doch noch ein quest hier oben also erstmal jemand zum mausoleum punkt dann gehen wir noch mal ins lager die sind alle auf also eigentlich sind die leute vom lager alle los denn das nachtglied ist ja befreit von uns und ist eine person die tochter einer göttin gewesen warum liegt hier noch ein zwerg der noch was hat ach so die hat nur noch schlichte sachen dabei genau und ich wollte mal ins leichenhaus lookern da waren wir noch gar nicht drinnen ähm okay nur ein bisschen umschauen blutesack älte waffen holzsack mach mal licht an da sind noch jute säcke da können oder eine nachricht sehr gut und wir haben hier irgendwas was ist hier oder äh 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 man irgendwann nochmal auf drücken drücken eine kleine erinnerung schwestern vergesst nicht dass patienten die durch diese heiligen hallen kommen von frivolen dingen wie schmuck uhren und übermäßig viel gold befreit werden müssen diese lasten können in der schattenkammer unter der verborgenen wand sicher bewahrt äh verwahrt werden damit die dinge zwischen uns und kathric justiziare nicht unnötig verkompliziert werden wir würden gerne alle missverständnisse vermeiden ähm in der schatzkammer diese lasten können in der schatzkammer hinter der verborgenen wand hinter der verborgenen wand also ist hier doch eine verborgenen wand okay äh aha ein wunderschönen guten tag ja gut klamotten brauchen wir jetzt nicht zwangsweise äh warum nicht hier eine verkohlte leiche äh täuschung ja gut jetzt ist kein großer ring aber gut besser als ornest wäre halt wieder was für unseren dieb so so hm hm okay ist noch die große fette tor übrig guck gucken wir doch mal aha okay edwards schwarze tentakel wir gucken mal was wir für schmuckstücke haben ah du hast das magische geschoss beschwörungssauber des vierten grades finde ich ja auch nicht schlecht hört sich schon auf jeden fall schon mal gut an wundheilung wenn du sterb sterbend bist stabil ah deswegen haben wir überlebt oh okay nebelschritt nö dann kriegst tatsächlich du dieses schmuckstück das finde ich gar nicht so schlecht ja magische geschosse sind gut wie gesagt bei den handschuhen bin ich immer noch am überlegen denn rettungswurf stärke ist halt genial fingerfertigkeit brauchen wir an sich nicht mit ihr ne aber wir würden eventuell ein malus verursachen du kannst magiehand als bonus achso als bonusaktion bist du doch einmal pro zug okay ich würde es einfach mal probieren wir schauen mal was es bringt ob es was bringt so beutel hatten wir noch nicht den apfel lassen wir das interessiert mich nicht okay dann können wir ja nochmal hier in die große in die ei was eichen eichene doppeltür eichene doppeltür ist ja auch ach na halt Geld kriegt Geld kriege ich so es geht auf da ein großer Zombie Zombie warum liegen hier Zombies rum kann mir das mal einer erklären und zwar nicht zu wenig nein was ist da hinten okay 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 wie macht man das am besten wir stehen mal einen Meter vor trennen uns Kalach Kalach geht nach da Na du gehst nach da Du positionierst dich hier Oh da ist Gift wo ist hier Gift ähm kann jetzt sein dass hier in der Mitte Gift drin ist Kalach Bewege dich mal mit ne Kalach du nicht ja ich wollte euch doch wieso jetzt angreifen Oh. Okay. Leg dich hin. Ah ja. Was soll ich denn tun? So. So. Du hast ja das Amulett. Das würde ich gerne ausprobieren. Uh. Das ist natürlich mega groß. Ist ja genial. Warum können wir uns eigentlich nicht bewegen? Hand mit der Katze. Oh. Ah hier. Vergiftet. Okay. Aber wir können uns tatsächlich nicht bewegen. Okay. Das bringt uns doch gerade gar nichts. Wir nehmen erst mal. Oh Loch. Ach so. Wir können uns ja wieder zusammenschließen. Wäre ja unsinnig. Wenn nicht. Ähm. Nope. Warte mal. Wir können natürlich. Ist das Feuer? Gucken wir mal. Sehr schön. Und dann nochmal. Was? Wie? Warum ist denn der noch am Leben? Hm. Blood comes easy these days. Hm. Okay. Sie müssen ja da durch. Oh, das ist... Also, sorry, wenn ich dazu... Aber wir kommen hier nicht weg, ne? Wir können mit Sprung, aber so richtig wegkommen tun wir sonst nicht. Ja, wir kommen leider nicht an den anderen dran, aber hier. Ich würde sagen, der Angriff war gut. Aber wir können uns tatsächlich nicht bewegen. Ist aber auch, glaube ich, nicht so schlimm. Großer Zombie, okay. Das ist eine Aktion. Kann aber, glaube ich, nur nach... Ja, nur bei einer langen Rast dann. Okay. Ja, komm, wir machen jetzt mal jetzt normal. Ja, schade Fehlschlag. Du musst dich da vorstellen. Schöner Treffer. Wir können noch mal. Nee. So, oder? So. Nochmal schöner Treffer. Das ist halt genial, weil die einfach die Gegner nicht an uns rankommen. Also, nicht, wenn wir es nicht wollen. So, nochmal. Wappnen. Wir brauchen jetzt nicht mal verbleibende Zugwürfel zu zweimal Fernkampfschaden. Okay. Schade. Ja. Ja. Eigentlich muss ich den da hinten töten. Ja gut, das Gift, auf den eigentlich keine Wirkung hat, habe ich mir schon gedacht. Ah, da kannst du jetzt nichts mehr machen. Okay. So. Wer ist denn noch dran? Kalach ist noch dran, ne? Das können wir Feuer, Baby. Ja. Das ist ein durchbohrender Schlag. Wir haben keinen Fernkampf... Oder, warte mal, haben wir da nicht noch einen Fernkampf? Von? War mir nicht so. Hier. Ich wollte es einfach nur testen, aber ja. Eigentlich war das auf den Falschen. Sorry. Ähm. Nee. Okay. Okay. Ja, wie machen wir denn da? 48... Bis zu 48 Schaden macht... Der Zauber ist Stufe 3 Zauber. Ich würde ungern noch mehr Stufe 3 Zauber verwenden. Ähm. Es sollte grundsätzlich nicht das Problem sein. Hm. Schöner Treffer. Noch ein schöner Treffer. Ja, halt. Kann ich jetzt nicht mehr, weil ich abgebrochen hab? Das ist doch wohl ein Witz, oder? Das ist tatsächlich ein Witz. Nichts wichtig ist ever easy. Ich kann nicht. Okay. Es ist no time to waste. Ähm. Nur 12 nur? Das glaube ich schon nicht. Schon wieder nur 12. Warum kriegen wir nur nur 12 zusammen? Zweimal hintereinander. Das glaube ich jetzt ja nicht. Mit 13? Machen wir so viel Minus? Okay. Wir müssen hier raus. Ich glaube, sie kriegt jetzt nochmal richtig Schaden. Alle raus hier. Okay. Das Problem ist der Giftschaden tatsächlich. Aber... Hattest du nicht Schuhe dabei? Oder haben wir die abgelegt? Oder haben wir die abgelegt? Wo? Schauen wir mal. Feuerresistenz... Giftresistenz. Sehr gut. Giftresistenz kriegst du. Du mu... Äh. Muss nach da. Ich dachte, du hast... Kalach hat Schuhe dabei. Die haben wir wahrscheinlich nicht mitgenommen. Okay. so schnell wie möglich das ist doch schon nicht mehr normal ernsthaft das ist doch wirklich nicht mehr normal und dann ne 23, na geht doch 15, auch du, sehr schön hm 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 aber warum macht man hier in nem Mausoleum Giftfallen hin, das verstehe ich nicht das geht mir gerade nicht in meinen Schädel Gott sei dank ist das schon ausgebaut und wir haben eine Giftresistenz da ne ich komm schon geht doch so was haben wir hier machen wir mal Licht an ok einfach mal ein bisschen Licht machen ok also das Amulett ist definitiv genial ist aber eher nur einmal pro langer Rast nutzbar ok das hört sich fast so an als wenn hier noch mehr wär hier ein Hebel ok ok ja 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 keine Sorge keine Sorge so wir gehen erstmal hier rein durch die Doppeltür durch die Doppeltür durch die Doppeltür roter Hafner ok ok schwere Truhe Licht an Licht ist immer wichtig hm ok oh hier war doch gerade ne Feuerschale ich hab sie gesehen die geht immer wieder aus äh Ersatzschlüssel zum nekrotischen Labor ok ok das können wir warum sind wir hier schon wieder eh haltet die Reihenfolge so Forschungsnotizen ok wir haben hier also ein paar ja komm Schlossknecken so mindestens ne neun sehr gut ok was haben wir da Kleidung haben wir aber der Träger erhält Akana Sturmangriff wenn er von einem Nahkampfangriff getroffen wird nope brauchen wir nicht aber die Bücher lesen wir äh Olahms Tagebuch ok Tag 2 der Dunkelheit ich war ganz ich war ganz ruhig ich war ganz ruhig als und legte sich wie ein Umhang über das Land es begann mit Frost als hätte der Winter uns in den Klauen nach ein paar Stunden stach mich jeder Atemzug wie ein Dolch es geriet äh nur um sich nur um sich als Schatten ihrer selbst zu erheben mit dem willenlosen Trachten alles Licht und Leben auszulöschen hier hängt hängen die Schatten nicht so tief es ist anstrengend die Lungen zu füllen aber lieber das als sich der Dunkelheit zu ergeben meine Fallen sollten mich schützen genügend Tag 5 der Dunkelheit die Schatten kommen und gehen manchmal genügt eine Fackel um sie zu vertreiben aber für die Dunkelsten reicht kein Licht ich rief Korven an meine Seite und er konnte kaum losfliegen morgen werde ich mich auf die Suche machen nicht nur nach Nahrung vielleicht finde ich eine Schriftrolle ein Artefakt einen arkanen Fokus um diesen Fluch zu brechen vielleicht sogar einen Überlebenden Tag 18 der Dunkelheit es liegt eine spezielle Einsamkeit in diesen Schatten wenn ich ihn rufe zeigt Korven mir seine Zuneigung trotz seines Leidens diese paar Momente trösten uns es ist erstaunlich still hier noch stiller noch stiller dort draußen ich habe ein paar Schriftrollen und Bücher in der Nähe vom Haus der Heilung gefunden ein paar verteilte Artefakte aber was nutzen sie schon die einzigen Antworten erklingen aus dem Haus in das ich mich nicht hineinwage das Stöhnen der Gepeinigten die Rufe der Peiniger die in den Schatten wohnen sind nicht weniger einsam als ich Tag 26 der Dunkelheit ich rief Korven doch ich kann doch ich kann sein Leid nicht länger ertragen oder das meine das Grau ist nun beinahe schwarz und die Luft könnte Teer oder Gummi sein alle Geschöpfe seien frei von Furcht leert man ach würde mich nur so ein schönes Schicksal erwarten OP ich glaube das war gelöschter Funke ok Inspiration ok wer hat jetzt diesen Funken bekommen gelöschter Funke ich habe das bekommen ok nun nicht hier auch sehr viel Inspiration das gefällt mir immer Sonderling wer ist ein Sonderling und was ist Volksherr achso Volksherr bist du da unten ja du hast ein paar aber wir haben dich ja auch nur kurz dabei ja so Forschungsnotiz Zauber Schattenflug Bannen möglich? Fragezeichen Variante von Fluch brechen Magie bannen Anderem Zauber Fragezeichen Rezitation Umbra Rezigt unwirksam Nox Exitus unwirksam Nox Fit Lux möglich Nox Finio möglich Vita in Umbra unwirksam Vita Korva unabsichtig äh unbeabsichtigte Nebenwirkungen lebendige Gerüstung Geste einige Zaubergesten werden nachgezeichnet ok mhm aber wo ist dann dieser Korwe oder das ist das ein Begleiter gewesen? hm so hier haben wir irgendwo wahrscheinlich noch eine Falle deswegen ist da noch GIF ja ja oh geteiltes Versteckschattens hä ok wir haben den Schlüssel bekommen können ihn mal wieder zurückgeben die Schlüssel die wir haben so oh ich kann mich jetzt nicht geben oh guck mal hier du bist unsere Schlüsselkriegerin Schlüsselmeisterin oh du hast uuu ok ich habe Zeit zu verbrauchen Spritze, 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 Jutesack ich sehe, was wir hier haben ich sehe, was wir hier haben hm was ist das? ja ja ähm Forschung eines Chirurgen oh gut dann ich habe zu spät festgestellt, dass ich es mir völlig unnötig schwer gemacht habe die komplexen Chemie Chemie Experimente wäre nicht erforderlich gewesen ich alterna ich hätte einfach nie nehmen müssen was die Natur bereits perfektioniert hat glücklicherweise führt mich meine Forschung zum Panzer eines Aaskriechers der eine so starke lehmende Substanz enthält dass ich beim Veredelungsprozess Acht geben muss sie nicht einzuatmen und nicht an einem an meiner Werkbank einzuschlafen ok Inspiration schon wieder eine Inspiration ok ok hier haben wir ein Gift wir müssen mal gucken was bist du Carabanas Gift kann auf eine Waffe aufgetragen werden hält 10 Züge und ist noch stärkender oder lehnt ok muss ja ok Waffe vergilt einen Konditionswurf einen hohen machen wie ist denn das bei den anderen also wenn dann du hast doch bestimmt noch einen normalen Gift der macht was ein SG-11 Konditionsrettungshof besteht oder er ist vergiftet und hier wird er halt gelähmt und vergiftet uuuu das ist das ist ein starker so Gewebe einer was Gewebe und Organregister oh Gewebe und Organregister Spender unbekannter Genom verwertbar Blase linker Lungenflüge ok das ist Zwergmensch was haben wir noch Hethwick versprach mir nur die besten Exemplare aber Balthasar schleppt für meine Forschung nichts als Dreck an eine Milz hier ein Finger da ein Tja was ein intakter Kopf wenn ich Glück habe und dieser verdammte Nekromant behält die besten Leichen für sich ich werde mit meinem Neffen reden ob er mir zuhört steht auf einem anderen Blatt ah das muss der Doktor sein den wir gekillt haben schon so ok hier haben wir noch ein paar Tränke wir nehmen die mal Blutregister ok die wo ist eine Falle ah Register für Blut und Körperflüssigkeiten erster Nachtrag ist nicht länger notwendig Namen festzuhalten Volk und Spezies ist ausreichend ok dann haben wir ein Halbelf ein Mensch und ein Ogre sogar ok so da wir hier eine Trap haben entschärft die mal bitte und lass dich nicht in die Luft springen und lass dich nicht in die Luft springen eine 14 ist auch noch machbar jawollah was haben wir denn da immun gegen blind der Träger kann nicht blind werden auch nicht schlecht ich muss ehrlich gesagt sagen ich weiß grad nicht wie es im Allgemeinen mit meinen Ringen aussieht verflucht ok gegen Verfluchung ok Wurfbonus Wurfbonus na gut werfen Entschuldigung ein Bonus von einem auf Schadenswürfe ist das jetzt auf alle Schadenswürfe dann ist er genial der Ring also dann ist er gut na oh der Ring gehört sogar jemanden sehe ich gerade in einem Händler in einem Händler namens Vierzus also würde ich den mal so behalten die Dinger kommen weg der Rest kommt definitiv erstmal in unsere Kammer dann hatten wir hier Trank der überlegenen Heilung sehr schön den kannst du sogar gut gebrauchen Schügelriesenstärke oh bis zur langen Rast ok ja da müsste man teilweise wirklich überlegen ob man denen nicht vorher irgendwelche Tränke noch dann gibt nach der langen Rast ne wir haben ja einen sich genug da könnte man wirklich so langsam anfangen denen mal das ein oder andere zu geben so und ich würde sagen du gehst mal vor und dann hoffen wir dass der Hebel dass die Tür jetzt aufgeht oder der Hebel zumindest da fehlt jemand oder? ah uff das sieht ja nicht gut aus das sieht ja überhaupt nicht gut aus ok geh du mal bitte gucken oh da drüben gehts weiter oh aber wir könnten natürlich mit ihr da rüber gehen die Frage ist kommen wir bis dahin nope ach guck mal da hinten gibt es auch einen Ausgang ja ne das wäre weil wenn dann würde ich ja gerne mit allen vorankommen das ist halt die Frage wir probieren erstmal mit ihr wie weit ob wir da rüber springen können weil nur wenn das klappt ich gehe davon aus dass wir nur von da rüber kommen oh das ist dann natürlich mies aber wie wollen wir denn ne da müssen wir anders reinkommen also es muss noch einen zweiten Weg geben hier rein zu kommen ja und ab wir müssen woanders rein nein warte mal was steht da ähm tagebuch j j tagebuch ne wecke zeige art die laute ja gut das ist oben das wissen wir schon hm also man kommt da hinten hin ich gehe davon aus dass man wenn man mit ähm das schon man kann ja runter fallen und sich dann dementsprechend äh nach wenn man runter fällt äh also fallschaden vermeiden da gibt es ja trinke und so weiter zauber das geht aber da unten wird ein gewisser gift sein so dann lass uns doch mal gucken guck mal hier kann man nicht weiter da müssten wir ja theoretisch sogar hier wo wir waren reise auf der Straße nach baldos der bleiche elf ich würde das ist bestrafe das böse äh ich würde jetzt erstmal tatsächlich in die Stadt um die laute mit dem zu klären vielleicht hat unser schmied auch wieder geld also hier muss ja noch jemand sein ok hier ist tatsächlich noch wer ich dachte alle kampffähigen sind losgezogen oh ok wo war er oben ja ja ich würde nur noch mal wir sind zusammen wartet für den son hm hm dann und ich sind hm ich 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 weise wir sind mit dem mit der falschen dame rangegangen tut mir leid wer hat denn die laute jetzt hm ähm was ist das die art der laute wecke art kolon mit der laute hm ja gut das kennen wir schon wir sind schwarze und roh wir leben wir sind tot wir nehmen wir versuchen das lied zu identifizieren erstmal damit wir überhaupt erstmal wissen woher das kommt haben wir es ist von keinem Songbuch kennt ihr sicherlich ein original ok eine eigenkommunikation heilkunde probieren wir seinen aktuellen zustand beobachten oh wir müssen minimum ne zwölf würfeln au schade oh wir hätten es nochmal versuchen können ups nicht mehr ach schade dann gedanken wahrnehmen Minimum Minimum ne sieben haben wir genau erfüllt exakt hm zauber der an kann untersuche ob der Mann von Magie geplagt wird hatten wir das nicht sogar schon mal ah ok we need to remind him who he is some personal effects maybe hm hm ich werde euch helfen ja hm 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 von 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 x firata auf bei ok autism arzt lauten nehmen und darauf spielen carlah is einverstanden sehr schön und mal gucken ob wir das können Daniel, er ist noch in der Treppe. Er braucht Hilfe. Meine Lütze? Du hast es zurückgebracht. Wie? Ich habe Malus Thorm getötet, einen bösen Brauer und sie seiner Leiche entnommen. Ich habe mich in den Schatten geblieben. Ich habe mich in den Schatten geblieben. Ich habe einen Mann dort gesehen, Thanyl. Er ist der einzige Grund, dass meine Gedanken über diese Leiche entnommen hat. Diese Leiche. Er hat mich über jemanden erkannt. Er hat mich über jemanden erkannt. Er ist ein Draug. Ich kenne Halston. Ich kann ihn bald hohen. Oh. Ich kann mir Hilfe finden. Halston. Bitte. Ich wollte nie den einfachen Weg. Nein. Schattenherz. Will. Ah, da ist Halston. Okay, wir lassen mal zurück kurz. Schattenherz. Du bleibst mal ganz kurz hier. Wollt ihr was? Ähm. Oder wie fehlt ihr euch? Wir können ja noch fragen. Wir können ja kurz noch mal mit dir sprechen. Ich bin sorry. Ich habe viel auf meinem Kopf. Die Schmerzen fallen. Die Lichtschung. Ich kann nicht mehr denken. Verständlich. 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 Hm. Ich mache mir Sorgen. Ihr seid nicht ihr selbst. Das ist wahr. Das ist wahr. Das ist wahr. Das ist wahr. Ich bin nicht sicher, dass ich die gleiche Person als ich vorher war. Der Schmerz. 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 Das sehe ich gerade, wenn ich auf die Uhr gucken möchte, machen wir das nächste Mal von daher danke fürs zusehen und Tschullullullulluuum